Ja Leute, das ist das Ahrtau von oben. Endlich auf dem ersten Weg. Alles ganz normal. Wir haben eine andere. Einmal auf der großen Baustelle. Wir stehen zwischen Eich und Alporterheim. Ach so, hier ist Schlossfruster. Und da ziehe ich gerade den Ostblickspunkt. Bin gerade auf dem Weg nach Hause. Dernau. Also das ist der Ort Dernau hier genau. Tut alle Pnochen weh. Und die Weinberge ohne Ende. Unten ist natürlich alles zerstört. Da unten der kleine Bach, die A. Sieht so friedlich aus. Aber Leute, glaub mir, wenn du einmal da unten warst, bleibt dir die Luft weg. Da ist eine kleine Zwischendeponie, die mittlerweile abgefahren wird. Da hinten die nächste Deponie. Kannste bald sagen, so alle 500, 800 Meter, wo freie Fläche ist, wird erstmal gesammelt. Und dann wird es zur Zeit nach und nach weggekehrt. Aber da kommen noch einige hunderttausend Tonnen zusammen hier. Weiche war jetzt die Woche hier unten. Jetzt brauche ich ein bisschen frische Luft. Ich wünsche euch was. Bis dann. Alles Gute. Norbert vom Kanal. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.